hallo und herzlich willkommen zu bauherrnministern.de die anlaufstelle für bauherrn und die dies werden mein name ist max winkler ich bin architekt und bauherr möchte dir dabei helfen bauherr zu werden diese folge ist eine ganz ganz wichtige folge deswegen musste dir unbedingt abspeichern bzw sende sie unbedingt an deine freunde bekannte verwandte es geht vor allem wichtig für die jenigen die gerade am bauen sind oder am planen sind aber auch vor allem für diejenigen die in einem bestandshaus wohnen und dieses bestandshaus geschützt haben wollen es geht nämlich um die absicherung vor einem wasserschaden ein wasserschaden ist nicht nur sehr sehr ärgerlich und mit sehr viel kopfschmerzen verbunden und mit sehr viel arbeit verbunden sondern kann auch finanziell ein schaden anrichten vieles ist davon natürlich abgesichert durch ihre versicherung und in der regel kriegt man dann auch das geld wieder ja aber den ärger kann man sich sparen also ich verzichte lieber auf meine versicherung ich nutze die lieber nicht ich halte mein haus am liebsten trocken und was für möglichkeiten es gibt und wie man da einfach nachrüsten kann das erkläre ich euch in dieser folge und ja lass uns loslegen also es gibt zwei sachen die wir anschauen müssen dabei das eine ist wie das wasser aus unserem haus rausgeht also durch die abwasser leitung in die kanalisation kann das wasser auch nach innen bringen wenn die kanalisation voll ist so voll ist dass nichts mehr geht und das zweite ist dass wir unser dach kontrolliert von unserem dach das regen wasser dach also das regen wasser von unserem dach auch wieder kontrolliert in den überfüllten schacht bekommen bzw rausbekommen ja zwar wichtig kontrolliert das ist das stichwort gehen wir zunächst mal zu dem ersten fall oder warum 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 ich jetzt diese folge mache der anlass dazu ist dass es jetzt bei uns da wo ich wohne ein enormes regen ereignis gab also wirklich ein stark regen das ist seit jahren nicht gab die kanalisation war überfüllt das wasser stand auf dem auf den straßen und da wo sich halt eben die unterpunkte sind wie unterführungen etc da hat sich natürlich gesammelt hochgestaut war ein paar zeuge wurden weggeschwemmt beziehungsweise sind dann geschwommen sogar ja also das war wirklich ein 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 ganz seltenes regen ereignis aber wir müssen damit rechnen dass in der zukunft immer mehr kommt und die versicherer haben schon angekündigt dass die beiträge für die versicherung hausversicherung in der zukunft auch entsprechend steigen müssen damit die schäden behoben werden können also aber das ist ganz wichtig dass hier erstmal eine versicherung habe sie abgesichert sind aber was kann man denn machen also erstmal das grundprinzip wir haben eine kanalisation kanalisation die unser regenwasser und schmutzwasser wegleitet von unserem haus ja auf die straße oder in die straße unter der straße die verläuft unterirdisch unter der straße und ist je nachdem welches baugebiet es ist gut dimensioniert oder zu wenig dimensioniert in der regel bei den ganz alten baugebieten wo auch nichts gemacht wurde also baugebiete aus den 50er 60er da ist sie einfach ein bisschen zu gering dimensioniert in weil da also weil zu dem was gebaut wurde immer mehr nachverdichtet wurde ja häuser in zweiter reihe gebaut wurden et cetera et cetera das heißt ich habe ein viel größeres volumen was mir die leitung dann abführen muss und wenn so ein stark regen ereignis kommt da kommt dann innerhalb von zwei stunden so viel regen zusammen wie es sonst über tage verteilt ist dann ist es natürlich eine deutliche überlastung für das system und die kanal kanalisation ist einfach voll und dann kann es sein dass das wasser auf die straße hochkommt ja und wenn das wasser auf der straße hochkommt dann sammelt oder läuft es einfach dahin wo es ein tiefpunkt gibt und wenn jetzt blöderweise dein tiefpunkt also dein haus dein tiefpunkt ist dann ist es nicht gut dann musst du da vorkehrungen treffen und wenn blöderweise ein tiefpunkt eine einlegerwohnung ist oder einfach ein fenster ist im keller bei dir wo so ein schacht ist und da läuft alles rein dann ist es auch sehr sehr schlecht genau das ist bei uns in der straße nicht passiert da ein paar also bei bei uns konzentrieren war alles trocken ich erkläre das auch sowieso ist aber weiter grad 300 meter weiter weg ist ein keller vollgelaufen mit 70 zentimeter wasser weil das genau über so ein fenster in besonderen kellerfenster das wasser von der straße gesammelt zu dem tiefpunkt kam er hatte zwar eine gewisse erhöhung ja 10 15 cm und dann noch mal eine barriere von 25 zentimeter hat aber nicht ausgereicht ja das hat aber nicht ausgereicht weil die massen die da ankamen haben es ist übergeschwappt und dann ist es in über das kellerfenster in den keller reingelaufen alles eine riesen sauerei riesen arbeit riesen ärger kann man sich alles ersparen ja indem man halt gewisse vorkehrungen macht gerade bei solchen kellerfenstern ist es besonders wichtig dass man halt den schacht so hat und so hoch genug abgesichert hat dass man weiß okay das wasser kann abfließen und das wasser kann abfließen und das muss man ja muss man sich einfach individuell immer anschauen habe ich eine gerade ebene habe ich eine neigung zu meinem haus habe ich eine neigung von meinem haus etc etc und dann einfach eine barriere aufbauen 20 30 zentimeter beton steine ellsteine das kann alles mögliche sein hauptsache das wasser schwappt nicht in euren keller eine möglichkeit ist es hinzugehen und die fenster also fenster auszutauschen und das alte fenster sind oder wenn es ein neubau ist neue fenster einzubauen die extrem dicht sind und wenn diese fenster extrem dicht sind dann halten die auch das wasser fern die schwachstelle ist oftmals die verbindung zwischen zwischen fenster und wand aber jedes fenster hat auch eine kondensat ableitung das heißt da kommt auch immer ein bisschen wasser rein die dichtung dahinter muss natürlich sauber und gut schließen können damit das fenster hat auch entsprechend dicht ist ja so das ist der erste fall der passieren kann der zweite fall ist der folgende dass wir nämlich die kanalisation überfüllt ist und wasser auf der straße schon ist dann kann das eben sein dass das wasser in mein haus sich rein drückt und das geschieht vor allem dann wenn man keine rückstau klappe hat oder keine hebeanlage hat ja denn was passiert dann wenn ich eine rückstau klappe also was ist eine rückstau klappe eine rückstau klappe sorgt dafür dass wenn ich wasser habe mein abwasser habe was nicht in meine fließrichtung geht also von meinem haus weg in die kanalisation sondern um in umgekehrter reihenfolge kommt dass sie einfach nicht macht ja und da gibt es alte das waren sollte da waren solche kugeln rückstau kugeln drin sozusagen die funktionieren einfach also das ist ein mechanisches system was einfach dicht macht und wenn da aber das ding nicht gewartet wurde jahrelang das ist auch bei einem der nachbarn bei mir passiert da kam ein bisschen was rein der konnte das so gott sei dank konnte er das noch auffangen oder halt aufwischen alles was da rein kam war nicht viel bei dem hat er also eine kugel gehabt die aber verschmutzt war ja und durch diese verschmutzungen hat man einfach nichts mehr machen können und das ist oder hat das nicht mehr dicht geschlossen und dann ist wieder wasser reingekommen und das ist ein bisschen das problem er hat danach und das ist sehr löblich und das empfehle ich auch euch wenn ihr eine alte rückstau klappe oder gar keine rückstau klappe rüstet eine nach rüstet eine nach oder tauscht die aus damit ihr eine damit ihr einen guten schutz hat vor wasser was euch in das hause reingedrückt werden kann kostenpunkt 1000 bis 1500 euro wenn es teuer ist ja also in der regel ist es gut zugänglich in der regel weiß man wo das angebracht werden muss ist überschaubar von den kosten aber rechnet mal mit 1000 bis 1500 euro da seid auf der sicheren seite da kommt ihr eigentlich gut hin sollten aber die gegebenheiten bei euch natürlich individuell betrachtet wiederum schwierig zugänglich oder man weiß nicht wo die leitung verlaufen et cetera et cetera kann es natürlich sein dass ein bisschen mehr kostet ja also nur als orientierung aber diese 1000 euro schützen euch davor größeren schaden und größeren ärger im haus zu haben ja sollte man unbedingt machen die andere möglichkeit das ist das was ich auch schon gesagt habe ist eine hebernlage zu haben das heißt wenn du einen keller hast und der keller ist tiefer wie die leitung die draußen liegt also ich habe unter meiner straße die kanalisation ja und diese leitung wenn die eben höher liegt wie mein meine toilette im keller ja das wasser kann ja nicht nach oben fließen das fließt immer ab das heißt mein in meinem keller mein wc muss hochgepumpt werden weil das gefällt entsprechend so ist ja so und dafür wird eine hebe also eine sogenannte hebeanlage benutzt da wird das wasser gesammelt eine gewisse anzahl an litern wird gesammelt in der regel ja und dann ist es so dass es dann ja auf einmal hochgepumpt wird und dann in die kanalisation geht und wichtig bei der hebeanlage ist das wird wird halt eben immer so gemacht dass die hebeanlage 30 cm mindestens 30 cm über straßenniveau gepumpt werden muss das heißt man kann sich das vorstellen wie ein siphon ihr kennt es von eurem küchen von eurem küchen von eure küchenspüle oder im waschbecken im badezimmer da habt ihr unten so ein siphon der sorgt dafür dass ihr keine gerüche bekommt aus den abwasserleitungen ja und nach genau diesem prinzip also so ein bogen nur halt umgekehrt funktioniert es dort dass es erst mal hochgepumpt werden muss und damit es dann raus zur straße geht bedeutet dass wenn das wasser höher gestellt ist dann erst kann könnte es reingepumpt oder reingedrückt werden und das verhindert es einfach das heißt habt ihr eine hebeanlage dann seid ihr auch erst mal safe ich persönlich immer aus habe eine hebeanlage und das hat mir echt ja dazu geholfen oder dazu geführt dass ich auch kein wasser im keller hatte und das ist ganz ganz wichtig dass man das einfach ja einfach das system weiß und weiß man wie man damit umgeht oder was man rein plant das heißt rückschau klappe hebeanlage schutz der fenster die ich immerhin in meinem schacht habe beispielsweise ja dass das dass sich das wasser dort nicht sammelt ein weiterer punkt und der sehr sehr wichtig ist und jetzt kommen wir von der von den wassermassen die dann auf unser dach kommen ich habe ja entweder ein ja ein schräges dach oder ich habe ein flachdach bei einem schrägen dach ist es eigentlich relativ unkompliziert wenn mein wenn mein abflussrohr voll ist ja die wassermassen einfach nicht mehr aufnehmen kann dann schwappt es einfach über die regenrinne drüber und dann landet einfach auf dem boden passiert nichts ja schlecht ist es wenn das wasser überschwappt an einer stelle sozusagen gesammelt überschwappt und darunter euer keller schacht sich befindet und da alles rein läuft das ist suboptimal in der regel hat so ein keller schacht natürlich auch eine entwässerung die er halt aber ab gewissen massen an wasser ihren geist auch aufgibt deswegen muss man da bisschen auf darauf achten dass das ja vielleicht nicht passiert oder einfach beim stark regen rausgehen und gucken wie das wasser sich verhält die andere sache ist was man ganz oft hat bei garagen oder flachdach häusern im allgemeinen ja man hat ein flachdach und dieses flachdach hat in der regel eine ganz normale entwässerung ja also die standard entwässerung die man hat und was passiert aber jetzt wenn wie gesagt der die entwässerungsleitungen einfach zu voll sind dann ist es so dass sich das wasser dort halt nicht mehr abfließen kann dass sich aufstaut auf der dachebene und dann sorgt die notentwässerung die ist eben ganz ganz wichtig die notentwässerung sorgt dafür dass das wasser nicht in euer gebäude kommt oder halt sich nicht unnötig aufstaut wenn das euer dach ist wo sowieso nichts mehr ist ist es im endeffekt egal die notentwässerung sorgt einfach dafür dass das wasser nicht über den rand überschwappt und eure fassade dadurch in mitleidenschaft gezogen wird und schön bleibt aber wenn das ein balkon ist also eine dachterrasse ist wo dann noch mal aufgehende bauteile sind wie zum beispiel ein fenster oder ein ja ein ausgang auf diese dachterrasse fenstertür dann sorgt diese notentwässerung dafür dass das wasser sich da nicht hoch staut und sich nicht ins gebäude innerer kommt genau das ist ganz ganz wichtig und ja die notentwässerung die ist nicht anders ganz ganz wie auch ganz ganz wichtig die notentwässerung ist nicht angeschlossen an das in den wässerungsleitung sondern die führt einfach da draußen und die also einfach auf dem pflasterbelag oder in den garten oder wo auch immerhin ja dass man es auch sieht oder es unschön ist ist egal weil so ist nicht immer im einsatz sondern es ist dafür kommt dann zum einsatz wenn einfach alles andere versagt deswegen darf es auch unschön sozusagen auf eine fläche kommen wo man vielleicht das wasser nicht gern hätte wie auf einer kassentisch oder was auch immer ja genau und da muss man auch vielleicht da bisschen drauf achten wohin die notentwässerung geht weil in so ein kellerschacht beispielsweise wäre es wie ihr euch schon denken könnt keine gute idee dort die notentwässerung reinlaufen zu lassen ja also immer ein bisschen schauen wo das hingeht damit das zusammenpasst ja also noch mal zusammengefasst die wichtigsten sachen sind rückschau klappe die hebeanlage schutz vor kellerfenstern oder keller schichten das wasser sich dort nicht sammelt und dann schauen dass auch die entwässerungsleitung notentwässerung bei den flachdächern vorhanden ist und wo das wasser vom dach abgeführt werden kann schickt diese folge unbedingt an alle die ja im bestandshaus leben das hausplan sich im bau befinden weil das einfach jetzt ganz ganz wichtige themen sind die immer mehr kommen und dadurch dass immer mehr kommt ja muss man natürlich immer schauen dass man abgesichert ist durch eine versicherung aber auch zusätzlich diese maßnahmen drin ich danke dir dafür dass du mir zugehört hast in diesem sinne wünsche dir das aller allerbeste bei deinem projekteigenheim und immer dran denken ohne baurel zu werden schau rein bei bau im mindestwert tschau dein maxim